Ein fachgerechter Obstbaumschnitt entscheidet maßgeblich über den Ertrag eines Baumes und über die Qualität seiner Früchte. Durch einen zweckmäßigen Kronenaufbau bereits im Jugendstadium werden Voraussetzungen für einen frühzeitigen Ertragsbeginn und eine über viele Jahre reichende Leistungsfähigkeit gelegt. Der Schnitt unterstützt aber auch die Wirkung anderer erforderlicher Maßnahmen wie zum Beispiel den Pflanzenschutz. Schere und Säge zur rechten Zeit angesetzt ersparen die Spritze. Zum anderen ist eine gut gelichtete Krone weniger anfällig gegen Schädlings- und besonders gegen Krankheitsbefall. Erläutern wir zunächst einige wesentliche Begriffe. Die Baumkrone besteht aus den Grundelementen Stammverlängerung, Gerüstäste und Fruchtäste. Die Gerüstäste bilden sich aus dem Stamm beziehungsweise im weiteren Wachstum des Baumes aus der Stammverlängerung. Die Stammverlängerung, die auch als Mittelachse bezeichnet wird und die Gerüstäste bleiben während der gesamten Standzeit erhalten. Die Fruchtbildung erfolgt an den Fruchtästen. Sie lassen sich nach ihrem Alter gruppieren, zum Beispiel nach ein-, zwei-, oder dreijährigen. Je älter sie werden, desto dichtere Verzweigungssysteme bilden sie. Als Neutrieb werden Triebe bezeichnet, die im Laufe eines Jahres wachsen. Im Folgenden einige Erläuterungen zur Entwicklung der Baumkrone und der Reaktion auf gezielte Schnitteingriffe. Die Entwicklung der Triebe und Äste unterliegt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, den sogenannten Wachstumsförderungsgesetzen, wie zum Beispiel dem des bevorzugten Spitzenwachstums. Was ist darunter zu verstehen? Betrachtet man aufrechte einjährige Langtriebe, so stellt man fest, dass die Knospen an den Spitzen stärker ausgeprägt sind als im unteren Bereich. Durch das Entfernen der oberen Knospen fördert man den Austrieb der unteren. Diese Maßnahme spielt besonders beim Pflanzschnitt eine große Rolle. Hier sehen wir in der Gegenüberstellung die richtige und falsche Schnittführung an den Trieben. Kommen wir zum Begriff Oberseitenförderung. Sie ist durch eine große Anzahl von Neutrieben gekennzeichnet. Befinden sich Fruchtäste in einer fast waagerechten Stellung, dann entwickelt sich der Neutrieb aus den an der Oberseite befindlichen Knospen. Die Länge des Neuwuchses wird von der Stellung des Astes, seiner Stärke und seinem Alter beeinflusst. Durch das Biegen und Binden von Langtrieben zu Beginn der Vegetationsperiode in eine annähernd waagerechte Stellung wird folgende positive Wirkung erzielt. Verminderung der Spitzenförderung und damit der Länge des Neuwuchses. Erhöhung der Anzahl von Kurztrieben und damit Förderung der Fruchtbildung. Eine weitere Gesetzmäßigkeit ist die Scheitelpunktförderung, hier an einem älteren Baum gezeigt. Sie tritt bei Ästen auf, die sich durch den Fruchtbehang bugenförmig nach unten abgesenkt haben. Der stärkste Neuwuchs entsteht am Scheitel des gebogenen Astes. Diese sogenannten Reiter können zur Verjüngung der Baumkrone genutzt werden. Der nach unten gebogene Teil des Astes wird durch einen Sägeschnitt entfernt. Nun zur Basisförderung. Vorrangig in alten Kronen, besonders bei Sauerkirschen, findet man verstärkten Neuwuchs an der Basis. Die Entwicklung der herabgebogenen Astspitzen wird vernachlässigt. Die Basisförderung ist ebenfalls für die Verjüngung der Krone zu nutzen. Der Schnitt von Apfel und Birne. Der Schnitt und die Erziehung des Baumes beginnen bei der Pflanzung. Fehler beim Pflanzschnitt sind in den folgenden Jahren nur sehr schwer zu korrigieren. Auch sollten für den Kleingarten Bäume gewählt werden, die unter den gegebenen Standortbedingungen nicht zu einem übermäßigen Wachstum führen. Beim Pflanzschnitt wird der Mitteltrieb auf eine Höhe von 80 bis 100 Zentimetern zurückgeschnitten, der Konkurrenztrieb entfernt und die drei bis vier künftigen Gerüstäste circa 30 Zentimeter unterhalb der Spitze des Mitteltriebes auf gleiche Ebene eingekürzt. Die künftigen Gerüstäste, unmittelbar übereinander und gleichmäßig im Kreis verteilt, werden in einem Winkel von etwa 60 Grad zur Mittelachse gebunden. In den folgenden drei bis vier Jahren wird die Mittelachse so zurückgeschnitten, dass jeweils ca. 40 Zentimeter vom jährlichen Neutrieb verbleiben. Der Konkurrenztrieb wird entfernt und zu steil stehende Äste werden annähernd waagerecht gebunden bzw. entfernt. Durch diese Maßnahmen fördert man den Neutrieb in den unteren Kronenbereichen. Im Alter von vier bis fünf Jahren ist auch bereits mit der Entfernung abgetragener, herunterhängender Fruchtastbereiche zu beginnen. Größere Schnittstellen, die beim Absägen von Ästen entstehen, sind sorgfältig mit Baumwachs oder Latexfarbe zu bestreichen. Kräftige, steil stehende Triebe müssen nahezu waagerecht gebunden werden. Überflüssige sind durch einen Schnitt an der Basis zu entfernen. Die Gerüstäste werden in Abhängigkeit von der Wuchsstärke um eine Länge von 40 bis 60 Zentimetern durch Ableiten auf Fruchtäste begrenzt. Zur Begrenzung der Baumhöhe wird die Mittelachse nach Möglichkeit auf einen zweijährigen Fruchtast zurückgeschnitten. Es ist stets darauf zu achten, dass sich Fruchtäste in allen Altersklassen, das heißt im Alter von ein bis vier Jahren an der Mittelachse und an den Gerüstästen befinden. In Kleingärten stehen zahlreiche großkronige Apfelbäume, die durchaus noch ihren Nutzen haben. Bei diesen Bäumen sind im Abstand von drei bis vier Jahren die Kronen auszulichten. Dabei werden ältere Äste abgetragen und zu dicht stehende entfernt. Ebenfalls sind kranke Astpartien und nach innen wachsende Äste auf Astring zurückzuschneiden. Im Ergebnis entstehen lichte und locker aufgebaute Kronen. Die Neutriebbildung wird angeregt und die Fruchtqualität verbessert. Mit zunehmendem Alter der Bäume besteht die Gefahr der Überbauung der Kronen. Das führt zu einer verminderten Neutriebbildung in den unteren Kronenbereichen und zu ihrer zunehmenden Beschattung. Das wirkt sich auf die Ausfärbung der Früchte negativ aus. Um dem entgegenzuwirken, ist es zweckmäßig, den oberen Teil der Krone mit einem Sägeschnitt zu entfernen. Mit dieser Maßnahme erspart man sich viele einzelne Scherenschnitte und eine große Anzahl Neuwuchs in der folgenden Vegetationsperiode. Durch weitere Schnitte wird der Krone wieder die entsprechende Form gegeben. Der Schnitt von Sauerkirschen. Sauerkirschbäume werden in der Regel als einjährige Veredlungen gepflanzt. Die Mittelachse wird um ein Drittel eingekürzt und die verbleibenden Triebe auf drei bis vier Augen zurückgeschnitten. Stammhöhe entfernt werden. Es ist darauf zu achten, dass alle Seitentriebe bis in 30 cm Stammhöhe entfernt werden. Die Baumkrone wird mit drei bis vier Gerüstästen und einer Stammverlängerung erzogen. Im Alter bis zu vier Jahren hat der Baum in der Regel unabhängig von seiner Stammlänge noch so reichlich Neuwuchs, dass sich Schnittmaßnahmen erübrigen. Nach reichlichem Ertrag von etwa 10 bis 15 Kilogramm muss der Instandhaltungsschnitt einsetzen. Besonders bei der Sorte Schattenmorelle treten abgetragene Fruchtäste in Form von verkahlten, hängenden Astpartien, den sogenannten Peitschen, auf. Diese Äste werden auf einen sich an der Basis oder Oberseite bildenden Neutrieb zurückgeschnitten. Dieser Schnitt ist jedes zweite Jahr durchzuführen. Ab 6. oder 7. Standjahr sollte begonnen werden, die Krone in ihrer Höhenausdehnung einzuschränken, um auch im unteren Bereich wieder genügend Neuwuchs und Ertrag zu erhalten. Dazu werden die Gerüstäste bis in eine Höhe von etwa zwei Metern zurückgenommen und auf einen Fruchtast abgeleitet. Diese Höhenbegrenzung muss nach Bedarf noch mehrmals wiederholt werden. Der günstigste Zeitpunkt für Schnittmaßnahmen an tragenden Bäumen ist der August, direkt nach der Ernte. Hier wird dieser Schnitt zur besseren Verdeutlichung am unbelaubten Baum demonstriert. Der Schnitt der Süßkirsche Süßkirschen bilden von Natur aus große Kronen, die mit drei bis vier Gerüstästen aufgebaut werden. In den Baumschulen eintriebig erzogene Bäume sind günstig zu beurteilen. Sie ermöglichen die Erzielung eines großen Winkels der Gerüstäste zur Stammverlängerung. Die Stammverlängerung wird so zurückgeschnitten, dass höchstens sechs Knospen austreiben. Dadurch wird ein kräftiger Austrieb erreicht. Im folgenden Jahr werden drei bis vier gleichmäßig im Kreis verteilte Triebe im Winkel von 60 Grad zur senkrechten herabgebunden. Den steil stehenden Konkurrenztrieb entfernt man. Der Mitteltrieb wird so zurückgeschnitten, dass er die Seitentriebe um 10 bis 15 Zentimeter überragt. Weitere Schnittmaßnahmen sind nicht notwendig. Die Schnitteingriffe während der Ertragszeit beschränken sich auf das Auslichten im Abstand von fünf bis sechs Jahren. Dabei wird auch der Mitteltrieb eingekürzt, um das Höhenwachstum in Grenzen zu halten. Der Mitteltrieb ist so abzutragen, dass er die Gerüstäste nicht wesentlich überragt. Auch ältere Fruchtäste werden entfernt. Der günstigste Zeitpunkt ist, wie bei der Sauerkirsche, gleich nach der Ernte. Die Schnittstellen sind wieder zu bestreichen. Bei Beachtung dieser wesentlichen Grundlagen der Erziehung und des Schnitts der Obstgehölze ist es möglich, auch im Kleingarten frühzeitige und hohe Erträge zu erzielen. Die Schnittstellen sind wieder zu bestreichen. Die Schnittstellen sind wieder zu bestreichen. Die Schnittstellen sind wieder zu bestreichen. Vielen Dank.